um er er war in der ab nun von ihr oder er hat genau das habe ich vermisst ich bin zurück aus dem urlaub ich habe es im urlaub immer still vor mich hin gesagt ehl oder wo er aber es war einfach nicht dasselbe feeling wie hier von einem mikrofon zu setzen heute sind wir aus einem ganz besonderen grund hier denn ein real life kumpel von mir der hamme hallo hamme hat heute geburtstag und da ich ihm bisher noch nichts geschenkt habe habe ich gedacht ich mache ihm einfach mal sein wunsch bg nämlich arati er hat sich schon bei mir beschwert dass du machst immer nur die neuen bgs die kenne ich nicht so ein fuck man muss dazu sagen dass er bei wrath of the lich king aufgehört hat zu spielen und selbst da glaube ich nicht immer die neuen bgs gemacht hat insel der eroberung und so weiter deshalb exklusiv haben wir für dich mein schatzi arati becken auch wenn ich 30 millionen minuten darauf gewartet habe jetzt sind wir hier ich hoffe du genießt es ich werde versuchen dir ein möglichst unterhaltsames spiel zu bieten über was kann ich noch reden ja ich bin zurück aus dem urlaub urlaub war geil wir haben ich glaube sieben tage lang gechillt in südfrankreich hatten den pool sowie den strand den traumstrand eigentlich fast immer komplett für uns da wir ja in der nebensaison sind momentan und deshalb waren auch die preise günstiger und ja wir waren einfach auf einem campingplatz war wirklich sehr geil 100 stein abgecheckt kommt schon kommt schon schnell mein gott und ich bin braun wie ein ne das darf ich nicht sagen braun wie ein afrikaner aus dem tiefsten urwald von und was noch es gab da unten tausend schnacken tausend millionen jetzt fragt der tischchen geht es noch man fuck you wie heißt du kolossal fuck you kolossal mit dir spiele ich nicht mehr Gott warum sind wir nur 13 oh Gott es geht schon wieder voll ab ich hab ganz vergessen wie hektisch dieses spiel ist ähm ok wir werden sehen oh I'm made hallo hier da los schon ich schubs euch Volta oh nein bin ich übernommen nein bin ich nicht doch bin ich ich bin schon wieder holy moly ich bin irgendwie dauerstun oder so hier halt ich finde ich mich an fein oh Gott es sind tausend millionen was mach ich hier oben wie sieht es sonst aus schmiede gehört uns yes ok 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 schlecht das habe ich mir fast gedacht kolossal mod schon wieder rum kolossal du bist gar nicht so kolossal wie du vielleicht denkst du wirst jetzt sterben ich komme jetzt nämlich persönlich und töte dich hier ist ja gar niemand bei hofen und er weint rum wie ein kleines baby mi 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 ok dann würde ich sagen probieren wir mal mine da ist die galle hallo galle schauen wir mal was abgeht aber wir stürzen uns ein bisschen von hier oben ins getümmel Da können wir erstmal noch schauen, ob sie uns überhaupt brauchen. Brauchen sie uns? Brauchen sie uns? Hm, sieht nicht so aus. Also, Mine ist unser. Dann geht es weiter. Wie schaut's bei Schmiede? Bei Schmiede wird... Oh, das sieht nicht gut aus. Wie viel sind denn da? Nur zwei. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Schildern, blink, zünden. Und BAM. 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 Todesstoß. BAM. 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 Oh, fuck, wird er weggefetzt. Auch tot. Komm her. Alter Schlitzschleicher. Und Heal, 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 Heal. Damage. Ah, fuck. Wenigstens hat man sie aufgehalten. Das heißt, wir haben drei Bays. Okay. Ein paar Zergen da oben, das ist weniger gut. Ein paar Zergen da unten, das ist wahrscheinlich sehr gut. Wobei sie ein bisschen weit weg sind von der Flagge. Aber das macht gar nichts. Wir haben das schon im Griff hier. Ja, was kann ich noch erzählen? Genau, ich habe noch zwei Wochen Urlaub jetzt. Zwei Wochen herrlichen Urlaub, wo ich einfach nur daheim rumgammeln werde und für euch Videos mache. Für euch, meine Freunde. Und für mich, weil es mir Spaß macht. So, Mine scheint safe. Äh, Mine. Labersack. Sägewerk. Nein, Labersack. Schmiede. Gehen wir mal runter. Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Oh, Leonie. Hi. Die Hi, Bitch. Go away, Bully. Spam. Warum geht es nicht? Jetzt. Äh, wie schaut es da unten? Nichts los? Gar nichts? Das sind ja... Das sind drei Deffer. Okay. Da brauchen wir also nicht hin. Schmiede. Wie schaut es? Schmiede. Sind wir gerade hergekommen? Oh, da ist schon wieder der Mage. Ring of Frost, hä? Cool, hä? Und er blinkt sich mitten rein. Lol, Lederhose, du Kack nu. Einmal mit Profis. Mine Deffen. Achso, das ist alt. Mine scheint safe. Okay, sieht doch schon mal relativ gut aus hier. Würde ich sagen. Buffen wir mal noch die Leute um uns rum. Brauchen wir Edelsteine, Tischchen, irgendwas? Nein, alles perfekt. Gut, bleiben wir hier. Sieht doch nice aus bis jetzt. Sogar ein paar Leute bei Stall. Galle und Schmerz. Ah, ne. Ne, Gamers. Okay, falsch gelesen. Trunkenbold. Oh, und sie greifen hoch an. Diese Naps. Komm, wir gehen in Stelle. Die anderen greifen dafür hoch an. Macht wenig Sinn. Oh, das sind aber einige. Mein lieber Ficker. Satisfaction. I can't get no. Was ist jetzt schon wieder los? Ich check's nicht. Warum kann ich nicht stun? Jetzt. Habe ich so immer lags? Ne, das kann ja wohl nicht sein. Wo ist denn der Healer eigentlich da? Sucker. Hat er Bubble dann? Ja, oder nicht. Priester. Stun. Und top. Ey, wieso? Ey, fuck, man. Schnellhof. Schnellhof. Oh my gosh. Sie haben ihn ja schon. Die alten Ficker. Nice. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe es schon erledigt, aber anscheinend doch nicht. Ja, meine Freunde. Was macht ihr jetzt? Da kommen sie alle. Bäm, bäm. Und just. Noch einer? Nein? Okay. Wie schaut's bei Hof? Safe. Dann gehen wir. Inkmine. Okay. Wie schaut's denn? Wir führen. Okay. Was? Erst 460? Das Spiel geht schon drei Stunden. What the fuck, man? Okay, okay. Passt. Okay. Verteidigt jetzt bloß den Hof. Ihr Muschis. Ich glaube, da können wir noch ein bisschen helfen. Was ist der Elementar? Nein. Oh, da den Hof eingenommen. Yes. Kriege ich den Kill? Nein, kriege ich nicht. Wir können uns mal irgendwo hinsetzen und was naschen. Wo ist? Hier. Naschen. Aura des Kreuzfahrers. Geil. Kann ich schneller naschen. Oh ja, sieht aus, als würden wir das gewinnen. Gehört uns eigentlich Säge? Nein, Säge gehört uns leider nicht. Ich mag Säge. Ich glaube, ich gehe mal zur Säge. Ist ja eh relativ safe hier alles. Scheint so, als hätten die nicht wirklich eine Chance. Oh, da oben geht's ab. Da geht's ab. Leonie hat die Schmiede angegriffen. Leonie, das war dein Todesurteil. Oh, da ist noch ein Healer. Oh, jetzt ist aber hier Ink angesagt, Mann. Da ist noch ein Healer. Wollt ihr mich verarschen? Ich sterb. Warum? Oh. Fucking hell. Wir müssen was anders einnehmen. Go, Stelle. Oh, nee. Säge. Ich gehe Säge. Hof ist auch Ink. Ich sehe nichts. Oh doch, da wusels. Oh my God. Ich glaube, das wird ein sehr langes BG. Aber auch sehr spannend. Komm schon, respawn. Komm schon. Oh, fucking Alice, Mann. Oh, geiler Plink. Ein Zentimeter nach vorne. Und da haben wir die Schmiede schon wieder angegriffen. Und jetzt kriegen sie auf den Sack. Weil jetzt holen wir uns Säge weg. Ich hole es ganz alleine. Oh, da kommt was. Komm schon. Verfolg mich. Komm schon. Ist er wieder nach oben? Ja, ist er. So, ihr Bubis. Wo bin ich, hä? Wo bin ich, hä? Zwei Jäger und keiner legt diese Unsichtbarkeits-Entdeckungsfalle. Ihr seid auch die Bros. Zumindest schubs ich dich jetzt runter. Nein. Fuck, das war so nicht geplant. Hier ist es nicht sicher. Ja. Oh, fucking Herr. Managers haben wir sind ein bisschen aufgehalten. Was? In 30 Sekunden? Willst du mich verarschen? Abbrechen. Das mache ich nicht. Dann lebe ich lieber als Geist weiter. Nee, Spaß. Wie jetzt kolossal hat er den Schlachtzug verlassen? Du Kackbun. Frostmourne. Und dafür kriegen wir einen Hexie. Ah, ist cool. Sehr gut. Oh, da oben geht es ab. Schmiede, brauchst du meine Hilfe? Nein, brauchst du nicht. Ah, wie schaut es bei Miene? Da ist nur wieder einer. Oh, ach so, die fangen die hier oben alle ab. Kein Problem. Wie schaut es bei Hof? Da sind auch ein paar. Boah. Der Mensch hat überhaupt keine Abhärtung, so wie es aussieht. Oh, fuck. Das war schon wieder zu weit geblinkt. Komm, komm, komm. Weg hier. Nein. Da ist wieder die Lederhose. Die Lederhose. Also, einmal töte sie mich, einmal töte ich ihn. Ich weiß nicht, was da los ist. Wie schaut es eigentlich hier aus mit Ehrenpunkten? Oh, nice. Oh, yeah. Geil. Noch zwei Wochen Urlaub. Ich könnte mir gerade ein zweites Loch in den Arsch freuen. Geht es euch auch immer so? Wenn ihr frei habt, Urlaub, Schulferien, was auch immer ihr habt. Die Auszeit. 890. Oh, fuck. Hey, wow. What the fuck? Komm schon. Verzieht er sich. Bastardkind. Komm hierher. Na los. Oh nein, da unten wird ein Freund getötet. Oh nein, Freund. Ihr könnt nicht passieren. Will auch gar nicht, so wie es aussieht. Da habe ich mich extra so episch auf den Hügel geschwungen hier. Was geht da hinten ab? Hof safe. Was geht bei der Schmiede? Schmiede safe. Was geht bei der Mine? Sieht safe aus. SM Inc. Wir haben SM nicht mal. Oder meinst du Schmiede? Meinst du Schmiede? Oder Säge, Sägemine. Oh, meine Schmiede. Diebisch. Next. Please. Göttliches Licht. Wo kann ich mich? Und wir sterben. Yes. Gizmo. Diebisch. Was bist du? Ein Pet? Oder ein Dudu? Keine Ahnung, was du bist. Aber du bist tot. Oh ja. Oh ja. Ein schönes Arati bisher. Er gefällt mir sehr gut. Es ist nicht so langweilig. Es hat ein bisschen Nervenkitzel. Aber nur ein bisschen. Alles in allem. Habe ich glaube ich ein gutes Team erwischt. Hallo Team. Seid ihr gut? Oh, Moonboon. Du bist schon wieder richtig schlecht. Direkt nach dem Urlaub. Hast noch gar nichts gerissen hier. Wie sieht es bei Hof aus? Safe? Ja. Es sieht so aus. Oh, da laufen sie. Oh. Ihr könnt nicht passieren. Kann ich jetzt da rein? Nein, rein ich nicht. Oder noch? Ey, fuck you. Dämlicher fuck Healer. Die. Oh ja. Sicher noch ein Stun. Wenn er jetzt keine Bubble anmacht, ist er hier. Yes. Und er ist hier. Da war ein kaputter Hander. Oh, da ist ein kaputter Dudu. Du denkst, du kannst mich ficken, oder was? Ich zeige dir, wer hier wen fickt. Oh, fuck. Ich habe meine Maus. Ah, jetzt. Huh, das war knapp. Ich habe so Knöpfe an meiner Maus, wo ich die DPI verringern und erhöhen kann. Und ich habe sie gerade extrem verringert und konnte nichts mehr machen. Ja, komm her, Pat. Willst du die Battle, oder was? Ha, weg ist. Wir könnten mal wieder unser Imba-Button zünden und alles töten, was uns im Weg steht. Sollen wir? Sollen wir? Also gut. Wen haben wir? Völlig lohnt sich's fast nicht mehr. Wieso kann ich nicht casten? Hier, Imba. Nein! Ich werde nicht sterben, bevor dieser Fuckmate tot ist. Bam. Was machen die ganzen Pets hier? Wollt ihr mich verarschen? Boah, Todesstoß. Bam. Lederhose, Spiegelbild. Brauche ich nicht. Ich bin irgendwie fast tot, ne? Oh, Lederhose kommt, um mich abzusagen. Ich muss hier weg. Ah, zu spät. Okay, ich glaube, ab jetzt ist nur noch ein riesiges Gezerge. Oh, der gewinnt. Nice. 300 Punkte Vorsprung schon. Die können uns mal am Anus lecken, so wie ich das mal sagen würde hier. Die haben gar nichts drauf. Kack für uns, Mann. Okay, weiter geht's. Gehen wir wieder ins Gezerge? Ja, wir gehen wieder ins Gezerge. Warum? Weil es Spaß macht. What's up? Die geben uns erstmal die Kugel hier. Und dann geben wir uns hier eine Frosch... Wie heißt das Ding nochmal? Kriegen des Frosch. Und zwar auf den Friedhof. Oh, leckig Fuchs. Damit hat bestimmt keiner gerechnet. Und dann jungen wir den Billigmäge um. Ey, bleibst du hier? Du bist mein. Du wirst fallen. Oh, oh. Das kommt davon, wenn man nur einen Mage verfolgt. Eisblock! Yeah. Keine Chance. Whoa! Verfolgt mich jemand? Ja. Hunter. Stun. Zack. Tot. Ah, schön. Herrlich. Er wird gehealt. Wo ist der Healer? Da. Hauptsache Healer noch gesilend. Er ist gestunnt, bevor er gestorben ist. Ey, Moment, aber Shadow. Habe ich das richtig gesehen? Das war gar kein Healer. Raufel. One second. Until the revival. Okay, nice. So wie es aussieht, kann man alle hier rum jetzt. Ja, nur noch 80 Punkte. What's up? Ich gehe mal wieder irgendwo anders kämpfen. Gehe da unten was ab. Ja, da will einer flüchten. Brauchen die mich. Ja, die brauchen mich. Seht ihr das? Die brauchen mich. Nein, er ist tot. Wo ist mein... Oh Gott. Oh Gott. Da war er. Den habe ich gesucht. Langsamer Fall. Schnelles BG ist gleich zu Ende. Schnell. Tötet mich. Tötet mich. Hier ist ja gar nichts mehr los. Doch, da ist jemand. Oh, fertig. Die Horde siegt. 6, 7. Schlecht. Bonus-Ära. Ja, scheiße. Das passiert eben, wenn man sich einfach nur so anmelden. Dann bekommt man keine Bonus-Ära. Aber drauf geschissen. Das war für dich, Hammer. Mein Schatzi. Schnucki. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer könnt ihr das Video gerne bewerten. Mit einem Daumen nach oben. Oder auch einem Daumen nach unten. Bitte schreibt dazu, warum es euch nicht gefallen haben sollte. Was ich mir allerdings nicht vorstellen kann. Und ich freue mich auf die nächsten zwei Wochen. Wie gesagt, ihr könnt vieles erwarten hier auf Moonboons World. Wir sehen uns dann wieder. Ich bin Moonboon und ich bin raus. Ciao, ciao. 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 Ciao.